Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Feature-Focus von Jurassic World Evolution 2 und zwar heute mit dem Thema Wetterkatastrophen, denn in den verschiedenen Biomen von JW2 erwarten uns dann auch verschiedene Umweltkatastrophen bzw. Unwetter und welche das sind, die werden wir in diesem Artikel nochmal ein wenig genauer unter die Lupe nehmen. Hier steht auch noch drin, dass es diese Wetterkatastrophen in allen Spielmodi auch geben wird und dass sie da verfügbar sein werden. Allerdings hat man die Wahl im Sandbox-Modus natürlich das Ganze auch zu deaktivieren, wenn man das nicht möchte. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir direkt mit der ersten Katastrophe an und zwar ist das der Sandsturm. Dieser kann vorkommen in Gebieten, wo viel Sand liegt, also logischerweise auf den Wüstenmaps von JW2 und der bringt auch einige gefährliche Situationen mit sich und natürlich auch negative Effekte, wenn sie dann auftreten. Nämlich wird als allererstes durch diesen Sandsturm die Sicht im gesamten Park beeinträchtigt. Nicht nur die Sicht für den Spieler wird beeinträchtigt, sondern auch die Sicht der Gäste wird reduziert. Das heißt, wenn die dann in so einem Beobachtungsgebäude stehen, ist dann dieser Sichtkegel, in dem sie die Dinosaurier sehen können, ja wesentlich kleiner. Außerdem hat man ja mittlerweile in den Gehegen diese Ranger-Posten, welche dann regelmäßig gescannt werden, um das Wohlergehen der Dinosaurier im Gehege durch einen Überblick darüber zu verschaffen. Und diese Scans gehen auch verloren. Das heißt, man muss nach dem Sandsturm seine Ranger-Teams nochmal losschicken und diese Scans erneut durchführen. Und die hohen Windgeschwindigkeiten verwüsten auch den Park. Dabei kann es zu Geräteausfällen kommen, Motorschäden für die Landfahrzeuge, Schäden an Gebäuden und Kraftwerke können dadurch auch Strom verlieren. Außerdem ist es so, dass sich Dinosaurierkrankheiten während eines Sandsturms schneller verbreiten. Also ihr merkt schon, diese erste Wetterkatastrophe, nämlich der Sandsturm, hat es schon in sich. Also der hat wirklich viele, viele negative Effekte. Allerdings kann man natürlich auch ein bisschen vorbeugen und dagegen anwirken, indem man Unterstände für die Gäste baut. Zum Beispiel irgendwelche Bunker, wo sie reingehen können, wenn ein Sandsturm kommt. Oder Ersatzgeneratoren, damit die Stromversorgung auch während eines Sandsturms immer problemlos weiterläuft. Und es gibt im zweiten Teil Sturmschaden-Upgrades für die Gebäude. Das heißt, wenn man die auf die Gebäude anwendet, gehen diese in dem Sturm dann nicht mehr ganz so schnell kaputt. Und dann geht es auch schon zur nächsten Wetterkatastrophe. Die seht ihr sogar hier auf diesem Bild. Nämlich sind das Schneestürme, welche natürlich auftreten auf den kalten Karten. Sieht schon sehr cool hier aus, wie das alles eingeschneit ist. Legt überall Schnee drauf, auch auf den Dächern, auf dem Aviarium. Das ist echt cool. Auch auf den Wegen sogar. Also sie ist wirklich komplett alles eingeschneit. Aber natürlich gibt es auch dazu noch einiges an Infos. Hier nehme ich in dem Text. Und zwar ist es bei den Schneestürmen natürlich mit der Sicht genauso. Nämlich, dass diese schlechter wird und beeinträchtigt wird für den Spieler und auch für die Besucher. Auch diese Ranger-Scans in den Gehegen von den Dinosauriern werden gelöscht und müssen nach dem Sturm dann erneut durchgeführt werden. Und was auch noch zusätzlich hinzukommt, ist, dass man die Dinosaurier nicht mehr auf dem User-Interface erkennen kann. Das heißt, wenn man zum Beispiel in diese Karte geht von oben, wo man dann alles sehen kann, auch die Dinosaurier mit Icons und sowas, dort werden die dann auch nicht mehr angezeigt. Dann muss man die wirklich, wenn da irgendwas ist und man ein Ranger-Team da hinschicken muss, muss man die wirklich in dem Schneesturm suchen und dann dort auf diese klicken. Eine neue Verletzungsart kommt auch durch die Schneestürme hinzu. Nämlich sind das Affrierungen. Und außerdem werden auch noch die Bodenfahrzeuge langsamer durch den Schneesturm. Das ist dann natürlich auch nochmal doppelt schwierig, weil wenn man dann einen, ja, affrierenden Dinosaurier hat und dann muss man dann noch irgendwie den erstmal finden und dann dieses Ranger-Team da hinschicken, was dann auch noch länger braucht. Das ist natürlich dann eine ganz, ganz schwierige Situation. Aber klingt schon mal ziemlich spannend, muss ich sagen. Und die dritte Wetterkatastrophe sind Tornados. Da haben wir sogar ein Bild hier. Da fegt nämlich gerade ein Tornado über einen Park. Und hier sehen wir sogar diese Jurassic Park Gebäude mit den Strohdächern. Also die wird es dann auch wieder geben. Das ist schon mal cool. Hier ist das Besucherzentrum. Und der Tornado, der fegt hier rüber und zerstört hier wirklich alles. Das ist echt krass. Bei den Tornados wird es dann wieder ähnlich sein wie im ersten Teil. Gebäude und Fahrzeuge, die dem Zentrum des Sturms zu nahe kommen, können dann erheblichen Schaden durch diesen erleiden. Und diese müssen dann logischerweise nach dem Sturm repariert werden. Zusätzlich werden durch Tornados die Dinosaurier unruhig werden und werden versuchen zu fliehen. Und durch diese Fluchtversuche kann es dann auch zu Verletzungen bei den Dinosauriern kommen. Wenn sie dann mit dem Kopf oder irgendwas gegen den Zaun hämmern, kann es natürlich passieren, dass sich der eine oder andere Dinosaurier dabei verletzt. Oder natürlich kann es auch passieren, dass der Zaun nachgibt und die Dinosaurier in die Freiheit sprinten und dann vielleicht sogar auf die Gäste losgehen. Bei den Tornados ist natürlich dann auch wichtig, dass man Bunker baut und Unterschlüpfe für die Besucher. Und natürlich auch diese Sturmabwehr-Upgrades auf die Gebäude durchführt, um den Ganzen ein wenig vorzusorgen. Und die vierte und letzte Unwetterkatastrophe, das sind Hurricanes. Die sind dann eher in den oder auf den tropischen Karten zu finden. Diese machen Schäden an Gebäuden, Strommasten und Zäunen. Allerdings sind durch Hurricanes die Dinosaurier nicht allzu sehr betroffen. Das heißt, die geraten nicht in Panik und versuchen dann zu fliehen. Auch hier ist es dann so, dass man am besten für Unterschlupf, für die Besucher sorgt und natürlich dann nach dem Sturm alle Schäden wieder reparieren muss. Hähnlich wie bei den anderen Stürmen natürlich auch, ist ja logisch. Und ja Leute, das waren alle vier Wetterkatastrophen von Jurassic World Evolution 2. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Der Link zum Artikel ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi